die ist sicher die nutella groß aus dieses gibt bis jetzt keine nutella leicht warm noch aber schön abgefüllt wie wenn du jetzt ein toastbrot hier machst du frisches toastbrot und einen teller drauf schmierst und das ist noch richtig schön warme nutella schmeckt sehr lecker gibt nur ein zwei nachteile ist halt nicht vegan und nur vegetarisch weil halt wolkenerzeugnisse drin sind in nutella kommt ja bald neue teller sorte raus und sonst eigentlich machen machen auf jeden fall ich bin ein sapfern